Wir sind überzeugt, dass für unsere heutige Wirtschaftswelt, egal ob im Unternehmen, als Gründer, Rückgründerin im Start-up oder in der Politik, wir eine ganze Breite an verschiedenen Perspektiven und Wissen brauchen. Und genau diese vielen Perspektiven stellen wir in den unterschiedlichen Bestandteilen bei uns im Bachelor Wirtschaftswissenschaften dar. In der Studienrichtung Nachhaltigkeit, für die ich ganz besonders brenne, geht es um die Transformation der Wirtschaft, aber auch von Unternehmen und die Kompetenzen, die Studierende brauchen, um hierfür einen konstruktiven Beitrag zu leisten, um ökologische, soziale Fragen, Verantwortungsfragen darzustellen. Und das stellen wir in der ganzen Breite dar, von Menschenrechtsthemen in der Supply Chain bis zu den Vertiefungen im Bereich Energie, Marktdesign, neue Geschäftsmodelle. Und das ist ein ganz wichtiger, spannender, aber auch zukunftsträchtiger Bereich bei uns. Ziel des Bachelorstudiums ist es dabei, den Studierenden wissenschaftsfundierte Kenntnisse und mit Boden der Wirtschaftswissenschaften zu vermitteln und sie mit deren Anwendung in der Praxis vertraut zu machen. Über Schwerpunkte und neue, zukunftsfähige Studienrichtungen kann man sich außerdem von Anfang an mit den Themen auseinandersetzen, die einen am meisten interessieren. Im Zuge der Digitalisierung werden immer mehr Daten immer leichter verfügbar und in der neuen Studienrichtung Data Science und Business Intelligence geht es um alle Kompetenzen, die man braucht, um aus großen Datensätzen die richtigen Schlüsse zu ziehen für Wirtschaft, aber auch Gesellschaft. Dabei können nach persönlichen Interessen natürlich verschiedene Schwerpunkte gelegt werden und auch die Kombination der Studienrichtung mit den verschiedenen Studienschwerpunkten, sprich BWL, VWL, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftspädagogik, ist möglich. Als Studenten an der Wiese möchte ich besonders das Miteinander und den internationalen Faktor der Fakultät hervorheben. Hier treffen viele Kulturen aufeinander und es lassen sich somit schnell neue Freundschaften bilden. Ein ganz großer Vorteil hier zu studieren ist natürlich unser City Campus mitten im Herzen der Stadt und natürlich auch die vielen Partnerunternehmen aus der Metropolregion Nürnberg, durch welche wir die Möglichkeit auf spannende Praktika und Werkstudentenjobs in unterschiedlichen Branchen haben.